lol idioten ey dummer vollidiot was für affen ja komm einer zu viel ja komm halt mal die tür ich muss mir ein pflaster applizieren du hast es im griff ja ok ich gehe mal gucken jungs die sind schon im hotel wir könnten ja mal verstärken brauchen ja wir sind auf den punkt kaiser platz noch ein bisschen warten alles klar ja ich könnte vielleicht wieder dann ich nehme das hotel wir brauchen mehr männer hier und soll ich mal am waldrand auf die schwarzen einfach oder ja auch kommen wenn du anfängst wenn du anfängst zu reden äh zu reden labern die denn gerade im kopf das labern aber ne mal 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 Ja, lange Räder könnte sein, zurück zu ihnen. Nope, 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 holy shit, I won't know. Die sind schon fast im Dorf, wir kriegen wohl schon gleich was. Was zum Henker, Alter? Vorsicht am Fenster. Ja. Ach Freunde, ist das wieder hier, stressig. Hallo, bleib mal stehen. Ja, der war auch nicht schlau, als du bist. Okay. Oh, netter Versuch, aber auch nur fast. Bewegen sich da die Buschreihe entlang. Bisschen weiter links von dir. Der rennt schon wieder zurück. Sollen wir rechts? Dann hier hinter uns auch, Felschen, Nordosten. Nordosten gibt Kontakt. Ach, ja. Scheiße. Ey. Ey. Machst du die Distanz? Na endlich. Na endlich. Na endlich. Na endlich.